Servus Leute, Power-Up nur am Start. Heute haben wir mal wieder ein reines Raketengeballer für euch. Wir haben heute mal zehn Raketen, alle von WECO und ich würde sagen, zünden wir erstmal, los geht's. Hey, versuchen wir mal alle anzubekommen. Ah, ich hab eine oder andere. Die ist dann sogar noch gegen den Kragen geflogen. Jawoll, Treffer. Leute, schreibt es in die Kommentare, ob wir noch mehr so Videos machen sollen. Schaut doch bei Instagram vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.